Das Geheimnis des True Infrared Grillsystems liegt in der Hitzeübertragung. Herkömmliche Grills arbeiten mit konvektiver Hitze, das heißt die Luft selbst wird der Hitze und strömt unkontrolliert nach oben, eigentlich ähnlich wie bei einem Föhn. True Infrared Grills wiederum arbeiten mit Infrarothitze, das heißt nicht die Luft wird erhitzt, sondern die Hitze wird direkt per Strahlung an das Grillgut weitergegeben. Der große Vorteil ist also Strahlungshitze gegenüber Umlufthitze. So sieht der Grillrost eines herkömmlichen Holzkohle- oder Gasgrills aus, welcher durch heiße Luft das Grillgut gart. Ganz anders beim True Infrared Grillsystem, denn durch die Kombination aus Emitterplatte, Grillrost, Brennkammer und Brennerleistung wird eine stärkere Luftzirkulation komplett verhindert und eine direkte Hitzeübertragung gewährleistet. Die Emitterplatte aus Edelstahl staut die natürliche Hitze der Infrarotstrahlung der Flammen und gibt sie konzentriert an das Grillgut weiter. Dadurch wird jegliches Aufflammen verhindert, das heißt ich habe auch eine 100% gleichmäßige Hitzeübertragung, egal wo ich mich auf der Grilloberfläche befinde, das heißt es gibt auch keine heißen oder kalten Stellen mehr. Überall habe ich eine 100% gleichmäßige Temperatur. Warum betreibt Chaboy überhaupt diesen ganzen Aufwand? Fünf wichtige Argumente. Erstens, dein Grillgut bleibt bis zu 50% saftiger, da die Strahlungshitze das Grillgut vor dem Austrocknen schützt. Zweitens, du verbrauchst bis zu 30% weniger Gas. Dank der Emitterplatten geht weniger Energie verloren und es entstehen sehr schnell heiße Temperaturen auf der Grilloberfläche, die selbstverständlich die Garzeit verringern. Drittens, dein Grill lässt sich leichter reinigen. Sachen wie Bratensaft, Fett und dergleichen werden von den Emitterplatten aufgefangen und gelangen so gar nicht erst in die Brennkammer. Viertens, dein Grillgut verbrennt nicht mehr. Ungesunde und verkohlte Stellen werden durch die schützende Barriere zwischen dem Grillgut und den offenen Flammen komplett verhindert. Fünftens und zu guter Letzt, dein Grillgut wird gleichmäßig gegart. Es gibt keine heißen und kalten Stellen mehr. Immer das gleiche geile Produkt. So erzählst du ganz einfach optimale Grillergebnisse. So lerst du guter, jetzt拜en, dein Grillgut. So lerst du sehr guter, dass du CPB sp dwelt ja unten alles ausgelistig zu geben. So lerst du Classic? So lerst du kickel. So lerst du selbst zu hats? Toller auch für uns IT beteken, sein